So, zuerst gibt es hier und hier vier Schrauben. Fangen wir mal an. Aber da kann man eine 50 erkennen. So, das heißt, 50 Volt müssen laufen. Dann hole ich jetzt mal einen 48 Volt Akku. Wir lassen das Ganze mal noch auseinander gebaut. Achso, ich sehe gerade, hier ist gar kein Stecker dran. Den sollten wir natürlich erstmal noch schnell ran basteln. Das werde ich mal eben tun. So, ja, Stecker ist jetzt dran. Habe ich gerade angelötet. Könnt ihr hier in diesem Video sehen, wie das gemacht wird. Zeige ich euch da gerne. So, jetzt kommt noch der 48 Volt Akku. Hier habe ich jetzt einen Akku dran hängen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der hat jetzt 54 Volt. Dann stecken wir ihn dann nochmal zusammen. Schauen wir mal, ob es gleich einen Knall gibt. Achso, ja, ob es gleich einen Knall gibt. Aber ich sehe gerade, hier fehlt noch der Anschalter. Da muss ich mal noch gerade irgendwie was mir basteln. Mal Lichtern machen. Hier könnt ihr sie sehen. Nicht schön, aber selten. Ja, wir stecken das Ganze jetzt mal zusammen. Und schauen, ob es gleich einen Knall gibt. Also, wie ihr seht, im Controller blinkt irgendwas. Sieht noch gut aus. Ich habe hier auch noch einen Motor. So, den werde ich jetzt mal hier anschließen. Oder anbauen. Könnt ihr hier sehen, da ist der Motor. Hier ist der Controller. Der immer noch leuchtet. Dann gibt es hier das Kabel dazu. Hier oben ist so ein mehrpoliger Stecker dran. Ah, naja. Seht ihr, ne? So, dann werden wir das Ganze nochmal weitermachen. So, müssen wir mal ausprobieren. Also bei dem Controller stimmen alle Farben überein. Das heißt, Farben dran stecken. So, wichtig ist die Isolierung nachher wieder drüber schieben. Wenn die sich nämlich treffen, gibt es einen Kurzschluss. So, das sieht soweit ja alles gut aus. Ja, sehen wir hier. Rot und grün kann man zusammen machen. Also, wie ihr seht, läuft. Ja, das war das Video, ob ihr einen Karbo 63 mit einem 48 Volt Akku betreiben könnt. Das ist eigentlich ein 36 Volt Controller mit 15 Ampere. Ja, ist möglich. Und ihr habt hier auch gesehen, wie ihr euch einen Controller anschauen könnt. Und wo dran ihr sehen könnt, ob ihr ihn auch mit 48 Volt betreiben könnt. Es ist was anderes, wenn ihr ein Display anschließt. Weil das Problem ist, diese Displays sind halt bestimmt auf eine ganz bestimmte Volt-Zahl ausgelegt. Das heißt, wenn ihr da zum Beispiel 36 Volt an 48 Volt anschließt, das könnte sein, dass es dann kaputt geht. Aber hier, der Controller an für sich läuft damit. Ja. Noch mehr Videos von mir seht ihr mal im Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir doch einfach, gebt mir einen Daumen hoch und schreibt mir ein nettes Kommentar. Danke euch. Ciao.